ARD Text im Auftrag von Funk Dieses Mal haben wir wieder mal unseren schönen Krokodok am Start Mit nur einem Zahn So, was gibt's diese Woche? Diese Woche gibt's Krokodok vs. Achselnwachsen Achselnwachsen, du Scheiße Achselnwachsen, Junge Achselnwachsen, ich will das gar nicht abhaben, weil ich das voll schön finde Er hat gesagt, er will den achselarischen sein In welchem Jahrhundert bist du denn eng geworden? Ey Ich hab auch Bei mir sieht das gut aus Findest du das so viel? Ja, normal, Junge Wie? Ey, schreibt mal in den Kommentar Sieht das so viel aus? Ne Was findet ihr? Also, sieht das geil aus? Oder ist das schon out? Schreibt es in den Kommentaren Ich würde mich mal interessiert Okay Runde Nummer 1 Ich nehm die Kamera, du machst das bei ihm? Oh, nee ey Köhler, was sagen Sie dazu? Oh, Mann Guck mal die Suppe, film mal hier rein, Junge Wie schön das aussieht Das riecht aber Oh, nee, ich weiß nicht Oh, nee, ich weiß nicht Oh, nee, ich weiß nicht Okay Oh, drei, zwei Tu das weg, Khfirhla Du bist ja, ne Oh Oh. Nein! Bitte nicht. Oh Gott sei Dank. Oh fuck, Alter. Keine von euch beiden jetzt. Scheiße. Später, wenn wir monetarisiert sind, bekommst du dann einen Teil für dieses Video. Boah, du hast echt lange Axel Haare, ne? Ja, ich habe mich länger nicht rasiert. Vor allem auf Weihnachtsfeier werde ich schon gewachst. Echt? Jo. Warum das denn? Einfach so. Ich habe nett gefragt und es gibt welche, die es machen. Echt? Seid ihr bereit, Leute? Eins. Zwei. Oh, wie langsam, Alter. Richtig böse. Ey, das riecht nach Aloe Vera, ne? Oder so? Noch näher ran, Bruder. Riech doch unter seinen Arm. Ach, du bist böse, Alter. Du bist böse, Alter. Ja, dann habe ich mir auch gerade. Okay, eins, zwei. Voll böse, Junge. Oh, 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 oh. Richtig fies. Guck, wie rot das schon ist? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ja, ha, ha, ha! Oh, 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 oh. Ey, das ist schweiß. Ja, aber nicht, dass du den Schmerz hast, sondern einfach nur, dass ich nicht dran bin. Eigentlich gönne ich es ihm am meisten. Oh, ne. Na komm, Digga. So durch. Ey, Mann, in der Fresse. Das nennt man Einsatz. Ey, Leute. Das hat einen Daumen nach oben verdient, Mann. Ein bisschen Mitleid für Köhler, der tut mir schon gerade ein bisschen leid. Von mir auch. Du tust es mir richtig leid, gerade, ehrlich. Wer ist da? Schmerz, Alter! Ich krieg das gar nicht richtig. Gepackt! Ich weiß gar nicht, wie sich Frauen das antun können. Und auch Anna Piep tun die das auch machen. Was? Anna Piep? Machen die das auch? Ja, normal. Was? Die lassen sich über den Damm wachsen. Am Säckchen? Am Damm auch. Am Säckchen, Digga? Ja. Am Damm? Nein! Du! Ja! 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 Wollte ich gerade sagen, ich hätte dir das auch direkt drauf. Ich hätte die ganze Suppe du auch geschnitten. Ja! 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 Ja, ich muss erstmal mit. Ja! Ha! Ha! Ey, der hat es bei dir auch langsam gemacht. Der hat bei dir auch langsam gemacht. Spum! Tchuh! Ja! Oh, das kann man jetzt schön ziehen. Ja! 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 Ha! Da, ey, tat das bei dir auch so weh? Das kannst du mir nicht erzählen. Keine! Ah! er sagt zu mir immer junge zieh ab das ding es tut so weh wirklich köhler wenn du noch mal dran bist ich zieh auch bei dir so langsam ab köhler macht dasselbe wie bei mir bitte ist das heiß er spannt sich schon richtig wo fang ich denn an was ist das denn ich dachte das war richtig weh ey trampel nicht so auf den boden oh dick aus zieh schneller ab junge letzte runde leute hier gibt es nur brutale sachen zu sehen wenn sie sowas nicht sehen können schalten sie bitte ab oder hinterlassen abo falls ihr keine videos mehr hier 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 wird hier mir gespuckt, mit Bro und Ei. Meine ganze Ose ist voll, Junge. Alter, jetzt macht doch... Hehehe, noch wieder, wenn ich... Hehehe, noch wieder, wenn ich... Wie MML-Kämpfer, Junge. Erstmal antäuschen. Ohohoho. Du warst jetzt angehört, als ob er so eine richtig dicke Wurst rauskommt. Er zieht sich doch selber so ein Stück raus. Ja Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen auf jeden Fall nach oben da. Das hat schon alleine von uns einen Daumen verdient. Und Glock aktivieren! Und ja, Abo nicht zu vergessen und zu sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche. Dix!